Die Rheinteil wird gemacht. Die Gäubern wird gemacht. Wir haben angefangen in Horten-Neckarshausen mit der Planung. Und wir fangen auch hier mit der Südbahn an. Die elektrisifizierung ist eine Voraussetzung, die hier in der Gäubern ist. Aus ganz anderen Gründen. Sie wollen doch wohl nicht abwählen, koppelt werden in Zukunft, weil der neue Bahnhof ist richtigerweise ökologisch ausgebaut. Das heißt, eine Diesel-Lokomotive darf da gar nicht hineinfahren. Aber heute fahren auf der Südbahn Diesel-Lokomotiven. Und das muss in Zukunft auch hier für die Region anders werden. Wir haben die Chance, CO2-frei zu fahren. Und ich weiß, seit 1927 hat man Ihnen versprochen, dass die Gäubern elektrifiziert wird. Die Südbahn. Die Südbahn ist, glaube ich, in diesem Jahr 165 Jahre ein. Und jetzt lassen Sie uns doch endlich mal das machen, was man dieser Region seit fast vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten zugesagt hat. Die Rheinteil wird gemacht. Die Gäubern wird gemacht. Wir haben angefangen in Horten-Neckarshausen mit der Planung. Und wir fangen auch hier mit der Südbahn an. Die elektrisifizierung ist eine Voraussetzung für die Rheinteilung. Die Rheinteilung ist eine Voraussetzung für die Rheinteilung.